I have you. I have you. Mein herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und in einem neuen Video unsererseits. Wir sind in Düsseldorf. Wir sind mitten in Düsseldorf. Also drei Meter von hier ist der Hauptbahnhof. Und wir stehen jetzt noch vor The Code Agency. Wir gehen da gleich rein und wir machen Horror Escape Room. Wir sind nicht alleine. Hier heißt, also ich bin ich und Uschi. Wir haben noch Sven von Die Litzigen dabei und den Coaster Toaster. Die sind schon vorgerannt. Und ich habe die Gunster schon genommen, schnell alleine das Video zu drehen. Sven drückt sich noch. Das packe ich jetzt hier mit rein. Dann ist auf jeden Fall vorgeführt. Ich gehe jetzt mal rein und gucke mal was da geht. Wir haben gerade ein paar. Es kommt zurückgespielt und den Ballon habe ich mal mit aus dem Horror Escape Room mitgenommen. Richtig, richtig geil. Also wir haben jetzt noch nicht so viele Escape Rooms allgemein gemacht. Und das war der erste Horror Escape Room. Richtig geil. Also ich wurde auch ab und zu doch ordentlich gekriegt. Wir alle haben uns krass erschrocken. Und es ist eine geile Experience einfach mit allen zusammen. Und es gibt keine Jumpscares, sondern du hast ein paar subtile Sachen und du bist halt voll in der Story drin und du spielst die komplette Story durch und erlebst also das, was man vielleicht zum Beispiel aus Filmen oder Büchern kennt und kommt an einigen spannenden Punkten vorbei und hat auch nicht diese klassischen Rätsel, dass jetzt irgendwie nur Zahlenschlüssel lösen muss und irgendwelche Zahlenkombinationen, sondern du hast Aufgaben, die für die Story wichtig sind und spielst die Story halt durch. Ja, ich glaube von außen sah das auch ziemlich witzig aus, wie wir uns teilweise erschrocken haben. Und Uschi hat auf jeden Fall das Crowdsurfen in Krabbelpositionen erfunden. Und überhaupt, also wir haben, du hast halt einfach diese Experience beim Spiel selbst, was voll geil ist, wo du halt rätselst und dann halt dieses Horror-Erlebnis auch hast und den Zeitdruck hast. Nicht durch die Zeit, die abläuft, wie man das sonst beim Escape Room hat, sondern du wirst von S quasi ja verfolgt. Und, ja, also das treibt halt richtig voran. Und danach, wenn du durch bist, hast du auch nochmal die Experience, wenn du in der Runde zusammensitzt und das Ganze nochmal recaptst und alle sich kaputt lachen. Ja, da haben wir das und das gemacht, wie du da geschrien hast. Und, ja, die Aufgaben sind halt auch cool. Teilweise wird man getrennt. Und, ja, spannend, richtig, richtig geil. Man kann natürlich jetzt nicht zu viel erzählen, sonst spoilert es das. Und die Rätsel müssen auch gelöst werden und sollen jetzt nicht vorher verraten werden. Aber damit ihr noch so ein bisschen mehr Einblick bekommt, haben wir noch ein kleines Interview euch mitgebracht, was ihr jetzt seht. Also ich bin Fabian. Ich bin hier mit dir in der Code Agency in Düsseldorf am Stresenmannplatz. Premium Escape Room. Premium Escape Room ist schon ein Stichwort von dem, was man hier machen kann. Aber das kann man alles allgemein hier machen, bevor wir über die Escape Rooms sprechen. Also wir sitzen hier gerade im Coffee Brew, also unser Bistro-Kaffee. Hier kann man nicht nur leckeren Kuchen essen, sondern es gibt hier richtig guten Kaffee. Es gibt aber auch Wraps und andere Sachen aus der warmen Küche. Also wir haben hinten eine richtige Küche. Und man kann hier auch noch Axt werfen, in eine große Halle hinten durch, mit mehreren Axtwerfbahnen. Und das ist ein super Ding, um da so ein paar Bierchen zu trinken und dann ein paar Äxte zu werfen. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Escape Room ist. Was ist ein Escape Room? Ja, also Escape Room. Man kommt in einen Raum, in dem man eingeschlossen wird. Also man ist natürlich nie wirklich richtig eingeschlossen. Aber man soll versuchen zu entkommen. Ich sage aber, bei uns sind es eher Missionen, die man bestreiten muss. Also es ist auch nicht nur ein Raum, sondern es sind mehrere Räume oder sogar Welten, die man durchlebt. Und da muss man durch das Lösen von Rätseln und Aufgaben, Gegenstände finden, miteinander kombinieren und versuchen irgendwie einen Weg rauszufinden oder halt das Ziel seiner Missionen erreichen. Was für Missionen gibt es hier? Also ein Escape Room besteht ja aus mehreren Räumen, aber ihr habt die verschiedenste Escape Rooms hier. Genau, also wir haben sechs verschiedene Missionen aktuell. Davon gibt es zwei Horror-Missionen. Eine davon habt ihr heute gespielt. Es ist zurück. Es gibt noch den Poltergeist. Dann haben wir einmal so ein, ja eher so klassisch Mafia-Geschichte, das Erbe der Moretta. Dann für die Leute, die eher so zauberhafte Welten möchten, haben wir eine magische Welt, so angelehnt an andere magische Welten, die man vielleicht kennt, sehr liebevoll gemacht. Und dann noch so zwei Abenteuer-Missionen, würde ich mal sagen, so a la, ja so ein bisschen Indiana Jones. Aber auch da durchreißt man verschiedene Welten und Zeiten. Das sind aber eher so die Adventure-Räume, würde ich sagen, ja. Was muss ich mitbringen, wenn ich so ein Escape Room spielen möchte? Die Lust darauf. Also einfach, du musst Bock drauf haben. Du musst eigentlich keine Vorerfahrung haben. Also wir gestalten das eigentlich für jeden so, dass es ein tolles Erlebnis wird. Also wenn wir merken, jemand spielt zum ersten Mal und braucht vielleicht ein bisschen Hilfe dabei, dann bekommen die Leute das, ohne dass sie es vielleicht sogar unbedingt merken. Weil man kann das sehr gut in die Geschichte auch einbauen. Aber es kommen natürlich auch Leute, die schon super erfahren sind. Da hält man sich dann sehr zurück und lässt die erst mal machen. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass man so Bock drauf hat, so Spaß am Rätseln hat, gerne so mit Freunden auch zusammen irgendwie im Team arbeitet. Und dann läuft das schon. Wie viele Leute sollten wir sein, wenn wir das jetzt spielen wollen? Also ihr müsst mindestens zu zweit sein. Das ist bei jedem unserer Räume die Mindestanzahl. Denn tatsächlich lassen sich die Räume auch in der Regel alleine gar nicht mehr lösen. Ich finde, ideal ist so zu viert. Darüber hinaus, ja, wir haben so die Grenzen bei maximal sechs oder maximal sieben Personen pro Raum. Zum einen wird es in manchen Räumen auch ein bisschen eng. Und zum anderen ist es natürlich dann auch so nicht mehr für jeden dann so intensiv, weil er gar nicht unbedingt mitbekommt, was die anderen machen. Also ich finde, so ideal ist so vier bis fünf Personen. Wann kann man das alles hier spielen? Und vor allem auch die Horror-Escapements, sind die immer? Ja, also ich glaube, die Horror-Räume sind immer, ich habe es jetzt nicht im Kopf, am besten natürlich auf die Internetseite gehen, Code Agency Düsseldorf. Wir haben dienstags geschlossen, also da hat nur unser Café geöffnet. Aber ansonsten haben wir alle anderen Tage geöffnet. Es empfiehlt sich auf jeden Fall vorher, oder man muss vorher im Internet den Raum buchen. Und da kann man auch super schauen, welcher Raum frei ist. Am Wochenende sind eigentlich alle geöffnet. Unter der Woche kann es mal sein, dass vielleicht nur drei oder vier buchbar sind. Aber wenn ihr irgendeinen Raum spielen wollt, der da nicht angeboten wird, Kontakt aufnehmen. Und dann wird das in der Regel auch irgendwie möglich gemacht. Wir haben ja SS zurückgespielt. Kannst du erklären, wie ihr diesen Raum beschreiben würdet? Wie würden wir den beschreiben? Wir haben ja eben schon ein bisschen darüber gesprochen im Vergleich zum anderen Raum, den wir haben. Es ist eher so ein psychischer Stress. Und Leute, die Angst vor Clowns haben, für die ist das ganz, ganz schlimm. Also er spielt eher mehr mit der Angst. Es ist jetzt nicht so krass, dass man so mega erschreckt wird. Gibt es natürlich auch so die ein oder andere Szene. Aber es ist eher so, du wirst verfolgt, du wirst beobachtet und dir ist was auf den Fersen. Manchmal siehst du Dinge, weiß nicht, ob du sie wirklich gesehen hast. Oder nur eine Person sieht sie und dann ist es schon wieder weg. Also es ist so eher psychisch, Psycho-Horror. So Leute, wir sind jetzt raus. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und da das jetzt sehr, sehr, sehr oft wiederholt wurde, werde ich es jetzt einmal auch nochmal hier erwähnen. Wir haben uns wohl sehr gut angestellt und waren nicht so doof, wie wir selber gedacht haben. Und sind da ziemlich gut durchgerusht. Hat mega Spaß gemacht. Absolute Empfehlung. Kommt rum hier in Düsseldorf am Stresemannplatz hier hinter mir. Und dann The Code Agency. Da geht es ab. Und checkt das einfach mal aus. Und wenn ihr das schon mal gemacht habt, eure Meinung dazu gerne auch in die Kommentare. Und lasst uns ein bisschen austauschen.